Warum lasst mein Herz deinem Schritt nach? Warum, wenn es ein Echipter bin? Hallo! Töne! Ich bin Kadri Kalta. Ich bin Merike Babelt. Und wir kommen aus Eestland. Ich würde ihn ausrichten, wie freundlich leben wir. Ja, und da sind wir künge Sarnaneda-Demole. Ich bin Weltwanderer, so erzählt Wilma über ihre Deportation aus Sybrien. Mit zu hauschen, zu befahren, Blüht doch mehrere Hosen an. Die Himmel leben, kalte Wien. Wir grüßt nie mehr, mehr Blüht. Dort, wo wir zusammen sind. Ideales und perfektes Leben. Was braucht man dafür? Ja. Ja. Ja.